Der Online-Kurs Digitalisierung ist online auf www.mappels.com. Viele Endler erkennen in dieser schwierigen Corona-Zeit ihren Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung. Sie beginnen damit, ihre Ware auf Online-Marktplätzen zu präsentieren, kommunizieren in sozialen Medien mit potenziellen Käuferinnen und Käufern und setzen sich intensiver als früher mit den gewandelten Bedürfnissen der Kundschaft auseinander. Der Kurs zeigt den Weg zum eigenen Online-Shop. Digitalisieren Sie Ihr Business. Der Online-Kurs zeigt, wie es geht. Am besten noch heute anmelden.